und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen video hier auf diesem kanal und zwar ich werde jetzt mehrfach immer gefragt bio ist es möglich dass du mal ein tutorial dazu machen kannst wie man ansagen in den lotus simulator einbaut importiert wie funktioniert das ganze wie kann man das ganze einstellen so dass wir zukünftig halt auch ansagen in den lotus simulator haben und nachdem das jetzt in den letzten livestream jetzt auch wieder mehrfach gefragt wurde dachte ich mir so alles klar du schaust mal vorbei im forum in den lexikon von der lotus simulator seite und schaust dir das ganze mal ein bisschen an vielleicht wenn es halt wirklich ein bisschen kompliziert ist dann machst du mal dazu ein tutorial und ja ich habe mir das gestern angeschaut und muss ganz ehrlich sagen gehen wir das ganze mal komplett zusammen durch ich habe das ganze hier natürlich schon so weit vorbereitet und hier steht import der ansagen wir sehen hier dass ein bisschen was geschrieben wurde hier das ganze ist natürlich vom vom entwickler her geschrieben worden dass man den ganzen ansagen dass es ins wave format hat gespeichert werden soll dass wir das ganze ein bisschen benennen müssen dass wir darauf achten müssen dass es gespeichert und gepackt wird dass wir hier contents id eingeben müssen dass wir das mit den zusatz strings hier unten beachten müssen das war's gemacht getan und es funktionierte nichts alles klar dachte ich mir so gut dann guckst du das ganze mal an und ja nach fast anderthalb stunden habe ich dann das ganze erst mal so weit aufgegeben und habe dann mal ein teammitglied von lotus angeschrieben den lieben steven vielen vielen dank an der stelle ja absoluter ehrenmann hat mir das ganze jetzt mal schritt für schritt erklärt wie das ganze funktioniert wie das ganze läuft und tatsächlich sind hier in dieser beschreibung fehlen einfach deutliche sachen die hätten besser beachtet werden müssen und zwar sehen wir hier unten wie der der rote kreis hier und den siehst da stehen zahlen drin diese zahlen werden hier in diesem kompletten text überhaupt nicht einmal erwähnt kein mensch weiß wo diese zahlen herkommen diese zahlen wo kommen sie her ist nicht ermittelbar gewesen aus diesem ganzen text was wir hier haben und das ist glaube ich das große problem bei vielen so wie es auch bei mir das große problem war deswegen wenn wir das ganze jetzt stück für stück bearbeiten werden das ganze stück für stück jetzt hier einfach mal erstellen so dass jetzt zukünftig denn die ganzen sachen die ganzen ansagen jetzt in den lotus simulator jetzt einbauen könnte wichtig an der stelle ist was ich sagen muss ich gehe hier nicht auf lizenzen oder irgendwelche rechte ein ja ihr müsst selber wissen was ihr macht ja wenn natürlich selbst gesprochen ist ist alles kein problem sollte die original ansagen nehmen dann holt euch vorher informationen dazu ein ob ihr das dürft wenn nicht ist es euer problem ja ich würde nachher nicht irgendwie hören ja der liebe bio hat gesagt besorgt euch das und wir können frei benutzen und sowas das habe ich in dem punkt nicht gesagt es ist alles lizenz und rechtmäßig irgendwo urheberrechtlich geschützt deswegen seid ihr in der pflicht wenn ihr das verteilt wenn ihr das ganze schert dass ihr weil ihr das zeit veröffentlicht habt die konsequenzen dafür tragen müsst ich würde sagen wir fangen an der erste punkt natürlich ist erstmal ihr besorgt euch dementsprechend die ansagen die ansagen wie gesagt wenn sie selbst gesprochen sind es sollte das alles kein problem sein wenn ihr natürlich trotzdem den 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 risikofahrt gehen wollt dann gibt es ja dafür youtube und co wo ihr euch dementsprechend die ganzen ansagen dementsprechend herunterladen könnt das ganze ist dann meistens immer eine riesen datei die ihr zur verfügung habt ich werde mal ganz kurz gucken mal den papierkorb und werde mal jetzt noch mal schnell noch mal wenn ich es jetzt finde ist der papierkorb warte mal ganz kurz gucken warum ist nicht so viel im papierkorb drin das ist ja gut eigentlich ist das jetzt nicht das was ich jetzt wollte sollte jetzt aber kein problem da stehen wartet mal ich besorge mir jetzt einfach mal woanders her dann geht es sofort los und zwar habe ich jetzt hier eine datei mit dem titel s bahnhof köpenick wenn wir das ganze sitze anhören so genau da haben wir nämlich denn unsere ansage mit s bahnhof köpenick ich habe mir hier schon bereits einen ordner erstellt mit dem namen straber forsthausen ansagen ja am besten macht ihr das genauso ist egal wo das ganze bearbeitet wurde das ganze abspeichert ob es jetzt ein desktop ist oder ob er jetzt direkt in den lotus ordner das ganze jetzt bearbeitet spielt überhaupt keine rolle denn ihr packt das nachher und dann wird das in einer richtigen stelle denn dementsprechend hat abgespeichert so da wir jetzt aber ja gerade gelesen hatten dass das ganze in einem web format vorliegen muss ja müssen wir das ganze dementsprechend um konvertieren da gibt es ein kostenloses programm was ich absolut empfehlen kann und das ist das sogenannte oder city programm wenn ich das nicht vergesse werde ich das ganze dementsprechendheit noch mal in die in der video beschreibung noch mal verlinken dass ihr direkt auf dieses programm zukommt so sieht das aus sieht jetzt für den ersten schlag ein bisschen ein bisschen viel aus ist wie braucht das alles nicht ihr zieht einfach diese mp3 hier die ihr habt titi hier rein jetzt können wir das ganze und dementsprechend noch mal anhören so also sehen wir dass es die datei ist die wir brauchen geht hier oben auf datei und das ganze geht ihr auf exportieren und als web exportieren so und jetzt seht ihr schon eine linie 62 würde ich das ganze jetzt speichern ist jetzt für mich eher unsere uninteressant denn wir wollen das ganze dementsprechend halt auf doch auf dem desktop haben und deswegen ja speichern wie das dementsprechend auch geben so jetzt seht ihr hier esbalungskrippenig punkt wave jetzt kommt zum beispiel noch ein punkt der auch nicht in den lexikon zu entnehmen ist das ganze muss ich in 16 bit sondern in 32 bit fließkomma pcm abgespeichert werden wir speichern das ganze jetzt dementsprechend und bestätigen das ganze die datei erscheint jetzt hier oben und wir haben jetzt die sogenannte s-bahn köpenick datei diese ist jetzt die erste datei die wir jetzt praktisch haben wenn ich jetzt hier meinen ordner öffne wartet mal da werde ich jetzt hier auch noch mal ganz kurz damit es nämlich nachher nicht zur verwirrung kommt das ganze hier noch mal löschen so sieht der ganze ordner dementsprechend so aus wir haben hier zum beispiel s-bahn auf köpenick wie wir auch das ganze zum beispiel entnehmen konnten ich lösche das ganze mal weil wir die datei schon fertig haben wie wir das ganze hier aus dem lexikon schon entnehmen konnten sehen wir hier dass es sinnvoller ist wenn wir das ganze dementsprechend mit zahnfeuer versehen ist nicht pflicht aber ist es für euch nachher einfacher das dementsprechend halt wieder raus zu filtern das haben wir in dem moment auch gemacht wo wir jetzt hier einfach geschrieben haben 01 unter dem birken 02 wongowitzer steig 03 gesener straße 04 s küpenick und 05 hürte straße dabei achte ich immer prompt dass ich das es z weglasse und dass ich hier die umlaute wie ö ö ö auch weglasse und das ganze dann zwischen mit oe damit es nachher keine komplikationen gibt vielleicht kann irgendwer damit nicht arbeiten lasse ich das meistens immer weg und ändere das von 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 vornherein schon weil viele damit halt ein problem haben so sollte dann praktisch dann euer ordner aussehen wie gesagt das ist jetzt der ordner straber forsthausen ansagen somit habt ihr schon mal den kleinen teil erstmals weit abgeschlossen jetzt geht es erst mal ans eingemachte denn wir müssen in den content tool manager und müssen dementsprechend das ganze bearbeiten so öffnen wir den content tool und fügen das ganze jetzt dementsprechend erst mal ein so hier spielt keine rolle wir gehen hier auf die private id als erstes müssen wir die sounds natürlich erst mal reinladen das heißt wir haben hier den punkt unabhängige sounds und wenn wir darauf gehen steht zum beispiel zum importieren aller wave dateien eines ordners unter verwendung bla 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 wenn wir darauf drücken können wir jetzt dementsprechend hier einen eine file ein ordner aussuchen und das machen wir jetzt wir wählen das ganze jetzt ausgehen hier unter users und sagen jetzt hier desktop wo ist er denn hier haben wir den desktop und das ganze suchen wir jetzt hier mit straßenbahn forsthausen ansagen wichtig ist dass ihr hier ein doppelklick drauf macht dass die rechts die dateien alle eingeladen also praktisch geladen werden und hier sehen wir schon 01 bis 05 haben wir jetzt unter dem birkenmongowitzersteig und alles gut wenn wir jetzt hier auf ok drücken bekommen wir eine meldung content id 5748471 und hier ja da ist nicht sowas irgendwie weil das war auch im lexikon nicht ersichtbar gewesen bringt das nichts wenn ihr irgendwelche buchstaben eintippt oder sowas das bringt euch gar nichts hier ist es wichtig dass ihr zum beispiel die zahlen benennt ja wenn wir jetzt hier zum beispiel jetzt den punkte zu haben wir haben fangen jetzt mit der zahl eins an macht ihr null oder könnt ihr auch eins machen einfach schreibt ihr einfach die 1 ein und dann bestätigen wir das ganze jetzt bekommt ihr die meldung dass es werden fünf dateien mit dem content id 5748471 doppelpunkt 1 bis 5 importiert wollen wir das starten natürlich wollen wir das ganze starten also er hat fünf dateien auf jeden fall schon mal reingeladen und vergibt jetzt praktisch die id nummern dazu vorgang erfolgreich abgeschlossen bitte beachten dass der ordner noch gepackt werden muss bevor er in lotus genutzt werden kann wenn wir das ganze jetzt sehen sehen wir jetzt hier es wurden hier listdateien erstellt unter jeder einzelne haltestelle haben jetzt eine unter den waves natürlich auch eine listdatei und hier ist der punkt das hat sie ganz gut gemacht das ist sogar ein fettbuchstaben reingeschrieben das ganze muss jetzt noch mal gespeichert und gepackt werden da geht jetzt hier um auf container packen und wir sehen jetzt hier erwählt um hier schon automatisch den ordner straßenbahnforshausen ansagen aus sollte das bei euch nicht der fall sein wählt ihr den ordner wo ihr gerade drin arbeitet wo eure ganzen dateien drinnen liegen hier hat er jetzt zum beispiel jetzt die ganzen dateien wir haben die list und die wave und dieses bestätigt jetzt mit der taste ok jetzt zieht er sich die ganzen list dateien raus deswegen haben wir jetzt hier diese fünf haltestellen die wir jetzt praktisch und drücken jetzt hier einfach auf packen das ganze dauert ein bisschen und schließt sich einfach wir kriegen keine meldung schade da wäre natürlich noch eine meldung relativ cool gewesen ist fertig wir haben aber hier unten die lotus kommt dscr jetzt vorhanden und somit wissen wir dass das ganze jetzt gespeichert und gepackt ist so jetzt geht es aber weiter wenn ihr natürlich jetzt die ansagen müssen jetzt dementsprechend noch eingefügt werden in die dementsprechende fiss datei die ihr erstellt habt da geht ihr hier unter zusatz karten content und wie wir alle wissen waren wir immer hier drin gewesen in dem basis modus wenn ich jetzt hier zum beispiel sage ich lade mir jetzt hier meine straber vor 1000 karte rein ja dann haben wir hier unsere routen und unsere linien und alles ist gut das allerdings benötigen wir jetzt aktuell nicht denn wir brauchen nämlich die speziellen die fiss gruppen speziell ihr seht dass wir hier deutlich mehr zur verfügung zu stehen haben die wir jetzt hier bearbeiten können jetzt geht es ans eingemachte und das war mein fehler gewesen wo hier tatsächlich fehler aufgetaucht sind tatsächlich und deswegen machen wir das jetzt ganze stück für stück als erstes gehen wir jetzt hier unten unter der basis fiss gruppe ich hoffe die maus die macht auch mit basis wird und sucht euch jetzt hier dementsprechend eure fiss datei raus also bei mir ist es jetzt natürlich die straßenbahn vor 1000 fiss also die die wir jetzt gerade in dem basis modus geladen hatten laden wir uns jetzt hier noch mal in den speziellen modus wir haben hier wieder unsere ganzen haltestellen und unsere codes und wir haben hier unsere ganzen routen die wir hier haben also eigentlich nichts sonderbares wir mussten aber einen neuen namen vergeben und das ganze betiteln wir mit straber das sollte nicht draber sondern straber heißen straber was ist jetzt los hier so straber forsthausen machen wir jetzt noch ein bindestrich ansagen damit wir ganz genau wissen das ist jetzt für die ansagen bei der klasse müsste das ganze wie es hier auch in dem in dem lexikon beschrieben ist müssen wir hier anewsment reinschreiben ich kenne das halt von omdi da waren damals immer die ansagen gewesen kopiert euch das am besten raus dann habt ihr keine fehler drin keine schreibfehler drin oder sowas fügt das ganze hier ein und schon haben wir das anewsment ist dementsprechend auch drin jetzt müssen wir dementsprechend die haltestellen dem dem der id nummer dementsprechend noch zuweisen was jetzt wichtig ist und hier war wie wir sehen der punkt zusatz strings und da hat sie hier eine 1000 drin und noch eine 1 2 3 1 0 0 1 aber hier steht nirgendwo drin wo sie diese dateien her holt nichts nichts finito und das war der punkt gewesen warum ich dann auch gescheitert bin mit mit dem anlegen der speziellen fiss dateien die erste nummer die ihr hier ein tippt bei den zusatz strings also wenn wir jetzt hier uns espan of kypening auswählen die erste zahl die ihr hier einschreibt in den zusatz string ist diese hier oben eure content user id also bei mir ist es jetzt hier ich zeige euch das hier das ist hier dieses fenster ja das ist dieses fenster jetzt hat er mir hier mein kurz nichts weg gemacht dieses fenster hier ja und hier diese nummer 5748471 also schreiben wir das ganze jetzt hier 5748471 so und da drunter macht ihr einfach noch mal eine enter taste und wir schauen hier in unserem ordner vorbei suchen wir uns die s-bahnhof kypening raus und ihr seht wäre das ganze hier die vier das ganze ohne null also ist das ganze jetzige dementsprechend die vier das ganze machen wir genau so allerdings kopiere ich mir jetzt hier schon den code raus damit wir das halt nicht jedes mal hinschreiben müssen gehen wir jetzt hier zu der gesener straße fügen jetzt hier die content id ein drücken einmal enter und suchen uns jetzt hier die gesener straße raus die hat die nummer drei bei wongeritzer streik haben wir hier die nummer zwei gucken weil ich gerade noch mal auf den tasten kommen das passt unter dem birken content id nummer eins sehen wir ja hier unter dem birken wongeritzer streik jetzt haben wir hier noch die hütte straße kann man das ganze noch mal ein bisschen suchen hütte straße wenn das ganze jetzt hier content id nummer und das ganze wäre jetzt hier in dem falle die fünf und dabei spielt das keine rolle ja wie ihr nachher die routen oder sowas anlegt ergreift jetzt hier auf der linken seite wirklich nur auf die haltestellen zu auf der rechten seite habt ihr noch mal diesen gleichen zusatz strings der routen und noch mal für die haltestellen hier kann ich zum beispiel das ganze dementsprechend noch mal auswählen wenn zum beispiel eine baustelle ist oder die fahrt endet hier denn müsst ihr das auf der rechten seite dementsprechend eintippen oder allerdings wenn ihr jetzt hier zum beispiel ich sag mal jetzt hier malzlof süd ankommt könnt ihr natürlich eure eure soundattachung so anpassen dass er zum beispiel sagt so malzlof süd endhaltestelle bitte alle aussteigen ja dann könnt ihr das natürlich hier vorne aber wenn ihr zum beispiel irgendwelche behinderungen auf der strecke sind dann macht ihr das ganze bitte auf der rechten seite und das war es eigentlich wir speichern das ganze jetzt ab speichern und packen es ist immer wichtig leute speichern und packen wird jetzt hier straber forsthausen ich habe das ganze hier schon mal abgespeichert deswegen nehme ich die und speichern das jetzt ganze mal bei euch sollte jetzt dementsprechend nicht diese meldung kommen bestätigt das einfach das sollte jetzt bei euch kommen so saving file straber forsthausen für speziell ansagen lsp wo ist completed bestätigt das ganze mit der taste ok laden wir jetzt in den lotus simonator rein und schauen ob das funktioniert wählen uns natürlich unseren lotus simonator aus und starten das ganze einfach mal aber das wird nicht funktionieren weil wir ja lotus so weit noch offen haben so machen wir das ganze noch mal spielen so und los geht's laden wir uns jetzt in den lotus simonator rein so wie es halt immer ist hofft man ja dass es dementsprechend auch funktioniert jetzt sind der sogenannte vorführeffekt der ist immer absolut traumhaft soll ich das ganze jetzt so 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 ok jetzt haben wir auch ein bild und wir wählen jetzt hier natürlich die straber forsthausen aus nur weil das ist die datei die ich jetzt aktuell bearbeitet habe und ja dann hoffen war dass das funktioniert ich zeige euch auch noch gleich was wie halt an die id nummern wieder zurückkommen falls ihr irgendwie mal eure liste irgendwie weggepackt habt irgendwie nicht mehr wisst welche id nummer gehört jetzt wohin zeige ich euch gleich noch was wie ihr das ganze noch mal schnell rausfinden könnt und das war es eigentlich das ist halt das ganze wie das mit der füster teil hat funktioniert ich saß da wie gesagt gestern anderthalb stunden habe ich dann heute wie gesagt mit dem steve unterhalten der hat mir das ganze erklärt also auf jeden fall sollten zukünftig werden lexikon einträge kommen muss viel mehr ins detail gegangen werden und nicht so eine step by step einfach anleitung geschrieben werden wo einfach jeglicher kontext hat einfach fehlt so werden wir das ganze mal jetzt hier starten und dann geht's los funktioniert es oder funktioniert es nicht wir werden jetzt hier die 62 schildern mit der route 03 haben die körperlich freiheit wenn ich jetzt hier auf das h zeichen drücke ich hoffe ihr habt den ton ich mache das extra mal noch ein bisschen lauter so kommt jetzt unter den bücken und dann wongrowitzer steig malzdorfer straße giesener straße s-bahnhof köpenick wichtig ist dass ihr hier auf das h drückt dadurch dass ich das ganze natürlich in 4k spiele ja und ich das ganze in 1080p aufnehmen wundert euch nicht dass meine maus hier unten ist ich drücke in dem moment wo ich hier unten bin ja mit der maus drücke ich eigentlich auf diesen h-taster hier ja wir können das ganze auch dementsprechend wieder zurückschalten ja immer jetzt hier wieder zurück und wenn ich jetzt hier wieder auf das h drücke wongrowitzer steig wieder auf das h drücke also auf das h hier malzdorfer straße giesener straße ihr seht die ganzen ansagen wurden dementsprechend jetzt also eingeladen ja also das funktioniert jetzt so dass ihr das ganze jetzt vollständig richtig benutzen könnt ich habe das ja mit externen hardware gemacht dass das ganze funktioniert aber jetzt ist das halt nicht mehr vonnöten denn wir haben mehr jetzt das ganze jetzt drinnen und so funktioniert das so müsst ihr halt praktisch die fiss dateien jetzt reinlernen jetzt wenn geil wenn jetzt hier nochmal lotus sich schließen würde ich bin schon längst auf dem desktop aber obf zeigt mir immer noch an dass ich im spiel bin deswegen hört ihr auch noch den ton im hintergrund das ist es ist fantastisch ja also wie gesagt so funktioniert das ganze deswegen finde ich das hier so ein bisschen war nicht gut erklärt gewesen also da muss man sich vielleicht noch mal ansitzen und das ganze dementsprechend noch mal überarbeiten dass das halt auch verständlich ist deswegen kann ich jetzt auch absolut nachvollziehen warum die leute mich dann gefragt haben ob ich da nicht mal so ein tutorial dazu machen kann wenn natürlich dementsprechend hatte das hier überhaupt nicht funktioniert so und dadurch dass sie zu noten sich überhaupt nicht schließt und im hintergrund weiterläuft aus irgendwelchen gründen kann ich jetzt hier dementsprechend euch nicht mal zeigen wie das ganze hier da noch mal an die datei rein kommt und jetzt beendet jetzt hat er beendet ist ja spektakulär das läuft noch ewig lang im hintergrund weiter so gehen wir jetzt hier noch mal unter die eigene idee da wo ihr praktisch denn eure fiss datei jetzt praktisch erstellt habt und jetzt haben wir hier unten die content id prüfung drücken jetzt darauf tippen jetzt hier unsere nummer 15 748 471 und sagen jetzt hier die sub id 1 ja weil wir haben fünf haltestellen es habe die 1 und jetzt zeigt er uns jetzt direkt hier name unter den bürken habt ihr nicht gesehen straber forsthausen ansagen punkt lct da findet ihr immer die ansagen und die dateien die ihr gerade benötigt also 5748 471 und jetzt hier die sub id 3 da haben wir jetzt die giesener straße zeigte witzig ist das hier hinten das datum 30 12 18 99 oh ja shit jetzt habt ihr das gar nicht gesehen das ist jetzt natürlich auch mega fehl man 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 soll jetzt muss kurz mal hier was einblenden damit das ganze jetzt funktioniert um switchen das wäre episch genau also ob es ist manchmal so ein furchtbares programm so also noch mal ihr habt den content tool jetzt hier offen geht jetzt hier unten auf content id prüfung tippt jetzt hier ein 5748 471 bestätigt das ganze drückt jetzt hier zum beispiel die 1 1 und sieht jetzt hier dass es die erste datei ist die wir hier abspielen lassen ihr seht hier an straßenmann forsthausen ist das unter dem bürken und hier sehen wir unter dem bürken hier hinten das ist übrigens das datum was ich meinte 30 12 18 99 da ist ein fehler drin und der kann nachher ganz schnell nach hinten losgehen das sollten auf jeden fall schnell korrigieren weil wir haben damals auch was mit mit datenbank bearbeitung gemacht für eine tierarztpraxis und irgendwann waren so viele dateien drin dass er das ganze die ganzen datums die jetzt vorhanden waren von den ganzen tieren die geboren worden sind und alles was hat er alle auf dieses datum zurückgesetzt deswegen dass da kann sich ganz schnell fehler einschleichen also wir machen das ganze noch mal 5748 471 und jetzt zum beispiel die vier müsste jetzt s-bahnhof kypernick sein und wir sehen hier er zeigt mir an 04 s-bahnhof kypernick wir sehen hier die nummer die id nummer die wir dazu brauchen also das heißt ihr müsst jetzt hier wieder in der speziellen fisk datei die 578 471 und dann enter drücken und dann einfach die vielen schreiben und das ganze kommt aus dem container straßenbahn forsthausen ansagen lct wichtig ist jetzt natürlich dass sie das ganze dementsprechend denn wenn ihr damit fertig seid das ganze im steam workshop natürlich auch hochladen müsst ja wird jetzt hier euer neues dokument aus ich werde das ganze mal jetzt einfach hier mal bestätigen und wenn wir jetzt den container haben suchen wir uns jetzt hier die hier haben wir sie die straßenbahn forsthausen ansagen macht da ein häkchen ran und bestätigt das ganze mit ok und dann ladet ihr dementsprechend halt die datei mit hoch wenn wir das ganze jetzt hier mit hochladen ich sag jetzt einfach mal ja ich kann es ja löschen weil es ja nicht veröffentlicht wichtig ist an der stelle dass ihr dementsprechend halt wenn wenn es halt nur für diese eine karte jetzt von euch ist dass ihr jetzt hier zum beispiel bei der abhängigkeit jetzt hier einfach ja ja upload abgebrochen das ist wieder bei der abhängigkeit jetzt hier zum beispiel eure strecke hier zum beispiel noch zu weiß also mein fall wäre es jetzt hier ich habe einfach zu viel hier mittlerweile trainer forsthausen beim moddelt ja dann müsste ich das ganze jetzt hinzufügen sehen wir jetzt dass es jetzt ganz hinzugefügt wurde und jedes mal wenn man jetzt meine fürs datei herunterladen müsste würde die melden bekommen ihr benötigt aber noch straßenbahn forsthausen dafür damit ihr das kind benutzen könnt das ist nochmal so noch so was kleines am rande auf jeden fall so funktioniert das ganze mit den fiss dateien und wie ihr jetzt die ansagen jetzt hier einspielen lassen könnt ich hoffe ihr habt es jetzt verstanden ihr wisst jetzt was sie machen müssen wenn nicht spurt das immer wieder zurück bis ihr den punkt den ihr halt nicht verstanden habt wiederholen könnt ja dass ihr das ganze dementsprechend ja verstanden habt aber eigentlich wie gesagt soll es müsste es eigentlich sehr selbsterklärend sein wenn das ganze dementsprechend denn halt funktioniert wie gesagt also wichtig sind hier und diese zusatzstrings dass ihr halt immer an der haltestelle wo ihr denn halt die 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 ansage zum beispiel abspielt dementsprechend das ganze hier unten halt dementsprechend eintragt und wichtig ist wirklich hier oben ja das muss wirklich genau so geschrieben werden wie es hier drin ist bei der klasse und natürlich die basis bis gruppe eure strecke wo ihr die haltestellen halt dementsprechend entfügt dass ihr das natürlich auswählt die routen und so was spielen erstmal alles keine rolle wie gesagt das kann man da kann man sich dann später ansetzen ja aber damit würde ich das video gar nicht allzu lang machen das tutorial ich hoffe wie gesagt dass wie gesagt jetzt die größten unreimheiten jetzt klar auf jeden fall sind wenn ich dann schreibt mir noch mal hier in die kommentare unten rein und vielleicht kann man das sind doch noch schnell schriftlich vielleicht klären aber wenn eigentlich denke ich müsste ich jetzt alles gezeigt haben dass das ganze jetzt eigentlich logisch erscheint wenn wie gesagt so was sein sollte schreibt mich an ich bin immer für euch da und hoffe natürlich dass ich mit dem tutorial was ja euch bereichern konnte dass ihr dementsprechend jetzt eure ganzen ansagen jetzt für eure strecken dementsprechend jetzt veröffentlichen könnt und freue mich natürlich drauf wenn die ersten strecken mit ansagen natürlich kommen ich bin die richtig gespannt warten was jetzt ab was jetzt die zukunft mit sich bringt und damit endet das video hier ich verabschiede mich hier hoffe natürlich euch hat das video gefallen wenn ja daumen nach oben und solltet ihr das erste mal hier auf dem kanal sein dann abonniert den button hier dann drückt drauf da macht vielleicht noch die glocke an denn wir werden hier uns sehr sehr viel mit dem lotus-semonator beschäftigen tutorials let's place wir haben previews und da werde ich auf jeden fall immer ganz vorne mit dabei sein würde ich mich natürlich freuen wenn wir uns dann hier im nächsten video wieder sehen hier zum unseren lotus-semonator und damit verabschiede ich mich hier sagen danke fürs zuschauen schau tschüss und bis zum nächsten mal tschüss